Ein Webinar, beziehungsweise es ist auch, glaube ich, wäre bei der Meier im Raum, ich weiß nicht, ja, im Ausstellungsraum. Kannst du spazieren und nach draußen oder gar nicht? Ja, es geht leider gerade nicht so gut. Das versuche ich dann vielleicht während deines Gesprächs vielleicht dann auch zu kombinieren. Aber ich lasse dir mal die Bühne frei. Und genau, dann herzlichen Dank. In diesem Sinne wollte ich eigentlich alle anständig begrüßen und der Covid-Situation entsprechen. Einer meiner Lieblingsmundschutze, den ein Joruba, der ursprünglich aber aus Accra nach Wien kam und seines Zeichens ein großartiger Schneider ist. Und der war ganz fix und findig und hat sofort Mundschutz gemacht mit extrem schönem Stoffwerk. Gut, ich tue es jetzt wieder runter, aber ich wollte es nur mal herzeigen. Da bin ich ganz stolz, dass ich da ein paar dergattert habe von seinen Ausführungen. Er war dann schwer überlastet und konnte also nichts mehr nachbestellen zum Verschenken. Warum ich das jetzt einfach erzähle, ist, um auch gleich einzusteigen in diesen Kontext, der einerseits mit Inhalten und auch der Person des Künstlers Franzis Obue Volosa verbunden ist, der ja aus dem Bundesstaat Oya kommt, aber eben in Lagos lebt. Und Sie wissen Lagos, die Metropole schlechthin mit mehr als 22 Millionen Menschen, wo ein Zusammenleben von zahlreichen Multimillion Language Speakers und Angehörigen verschiedenster Gruppen mehr oder minder halbwegs ohne große Differenzen funktioniert und wo interessanterweise auch jederzeit ein Stück Natur hergestellt wird. Und sei es ein winziges Stückchen mit ein paar Maispflanzen drauf etc. an einzelnen Wohnorten, das Meer, der Hafen auf der anderen Seite der Stadt, die sich ja immer weiter riesig ausdehnt. Wie auch, warum eben Sprache und diese Zugehörigkeit zu den Yoruba ein Signal, ein bedeutsames Moment sind unter diesen 500 Sprachen, die in Nigeria selbst ja gesprochen werden und da streitend sind, wenn man auch nicht sich einigen kann, überhaupt im linguistischen Bereich, Sprachgruppen, Sprache, Dialekt. Extrem flexibel, extrem variabel, vieles wird lokal völlig different ausgesprochen zum Verkehrssprachen Yoruba. Es ist mit Hausa und Yoruba die drittgrößte oder eine der drei Verkehrssprachen, die also durch ganz Nigeria gesprochen und von fast allen auch Anderssprachigen verstanden oder gesprochen werden können. Und die Sprache, das Wort ist auch interessanterweise eben gerade im Kontext der Begriffswelt zur Natur sehr zentral. Und bestimmte Begriffe, Termini, die also ganze Welten an Bedeutung und Handlung auch öffnen, wenn sie ausgesprochen werden oder benannt werden, rangt sich also dieses höchst interessante, dauernde Hin und Her von dem, was wir unter Natur und andererseits Menschen geschaffenen, künstlichen, natürlichen und künstlichen. Also diese Art Dualität, die gibt es in der gesamten Denkwelt und dem Denkbild, Weltbild und Denken, den Philosophien, die im Kontext der Yoruba-sprachigen Gruppen zusammengefasst sind, sowas gibt es so nicht. Es gibt immer mehr Deutigkeiten, Widersprüchlichkeiten, die aber ein inhärenter Bestandteil des gesamten Handelns und Denkens der Menschen sind und das seit Jahrtausenden, seit sehr vielen Jahrtausenden. Also die ältesten archäologischen Funde, wie gesagt, sind mehr als 4000 Jahre alt. Annehmen können wir also ziemlich ruhig, dass hier Fundstücke, die man also heute auch noch zuordnen kann, was das ist, zu Orisha, also Gottheiten, nichtmenschlichen Wesenheiten, im Kontext des Orisha-Weltbilds, der Yoruba-Gruppen. Und gleichzeitig ist eben eine Religion ein soziokulturelles, aber auch politisch-ökonomisches Gefüge, das also weit über das, was bei uns allgemein als Religion eingegrenzt und beschränkt wird auf den spirituellen Raum, das ist im Kontext dieser Lebenswelten also überhaupt nicht so. Sondern da ist über einen enorm langen Zeitraum eine Sicht auf die Welt eben tradiert, weitergegeben, die unglaublich viel Impact macht, auch auf jeweils die Gegenwart, die beweglich ist von sich heraus in ihrem Denken. Und das ist vielleicht auch so spannend und warum wir gerade in dieser Auseinandersetzung mit Orisha oder Wudung, wie sie eben dann in den von B-sprachigen Gruppen Benin, Togo etc. heißen, Das Palmweinfest. Dankeschön, Maja. Die Maja tut mir da immer wieder so einzelne Bilder hinein. Das ist eine ganz wichtige Geschichte und nimmt auch gleich Bezug auf ein ganz wichtiges, auch visuell nichtmenschlich als Gottheit betrachtetes Element, nämlich die Palme und da vor allem die Ölpalme. Wir werden dann noch einmal darauf zurückkommen. Im Kontext mit dem jeweiligen spirituellen Führenden gemeinhin ist also das Oberhaupt einer Region, einer größeren Gruppe, die sich als zusammengehörig betrachtet, eben ein Ober, sprich der oberste Würdenträger aller Yoruba ist der Uni in Ileife. Jetzt, wenn man will, sich Kaiser übersetzen ins deutschsprachige Gebiet. Und Palmwein und die Kommunikation mit den Nichtmenschen, Mächten, Wesen, die mächtiger als die Menschen sind auf jeden Fall und die direkt intervenieren können, eben den Orisha, da spielt Palmwein eine wichtige Rolle. Der Baum selbst ist auch ein Orisha. Und diese totale Ineinander, Miteinander, auch Kommunikation, also das Dreh- und Schlüsselwort vielleicht für den Zugang, ist eine Kommunikation der Welten und alles sichtbaren und nicht sichtbaren, das Körper wechseln kann, zeitweilig Körper hat, zeitweilig keinen Körper hat, sondern eben sich in etwas manifestieren kann, Gestalt wechseln zwischen Stein, Pflanze, Tier und Menschen verschiedenster Art. Ein Spiel mit Wesen und Erscheinung, könnte man sagen, das eine Grundlage, ein Basis-Axiom, also so ein Ausgangspunkt der gesamten Denk- und Vorstellungswelt ist. In dem gibt es eben dieses Element oder das, was als das Netzwerk alles Lebendigen, die kreative Schöpfer, Energie, Kraft, ein pulsierendes Netzwerk, das ist das, was eigentlich den Kosmos ausmacht, nämlich Ache. Und Ache kann man nicht so ganz toll in unser Denken übersetzen, aber ist wahrscheinlich das wichtigste Wort überhaupt. Man könnte schlicht dazu sagen Power, Kraft, Energie. Aber de facto ist es die kreative, denkende Kraft des Universums, die wird auch oft übersetzt in eine Art, also die Obergottheit, die das Universum ist, die Erde und Himmel und alles, was noch ist, umfasst. Olu du Mare. Franzis hatte da auch bereits Bezug genommen und also wird auch immer hin und her diskutiert, was ist wichtiger. Orhun Mela, ein Äquivalent, beziehungsweise da geht es um Götterhierarchien, wenn man so will, eine sehr beliebte Tätigkeit, von der sich dann philosophische Strömungen eben auch ausbreiten. und Oshu Mare, die eigentlich so etwas Ähnliches ist, aber eben die Regenbogenschlange, so wird sie symbolisiert als ein Ouroboros, die das ständige Prinzip von ständigen Schaffen und Schöpfung ist, was eine Fortpflanzung bei allen Lebewesen bedeutet, lebendig, beweglich, sich permanent ändern und trotzdem von den Grundprinzipien her gleich bleiben. Das sind vielleicht so ganz wichtige Momente, auf der einen Seite sehr hierarchisch, auf der anderen Seite immer offen für Diskurs und veränderbares Differenz in den Ansichten, Kollisionen. Man streitet ungemein gern, also es gibt eine höchst elaborierte, verbal prononcierte Streitkultur im wahrsten Sinn des Wortes, die eben reichen kann von sprichwörtlichen Anwendungen bestimmter Metaphern, die sich also übereinander lustig machen, zu Reimen und Wortkreationen, die mit Wortspielen funktionieren, die zwischen, also Streit dann im Gelächter, im Gemeinsamen oft enden können, geht es immer darum, wer die bessere Rhetorik aktiviert in dieser Auseinandersetzung, also das zum Beispiel verstehe ich unter Streitkultur, die normalerweise also ganz, ganz selten eine physische Form annimmt. Um Dinge auszudrücken, wären also ständig Metaphern, Bezüge und fast alles, was wichtige Prinzipien sind, wie Verantwortlichkeit, Schutz etc., das wird über Naturmetaphern aktiviert. Um diese, also zum Beispiel in mehreren der Bilder von Franzis, kommt diese extreme Beweglichkeit und Bezug der in den Tänzern bei großen Zeremonien, auch vieles wird über Tanz und körperliche Formen eben sehr wohl umgesetzt, dargestellt, ritualisiert. Das ist ein Ritualschmuck aus dem höfischen Kontext, also aus dem Oberkontext, also eine Angehörige einer lokalen Königsfamilie, im Großen, also kennzeichnend für die Europa, dass eben nur die Königsfamilien diese, also die Korallen verwenden als Schmuck und in ihrem Schmuck theoretisch, also Korallen tauchen einzeln auch auf, aber Mengen an Korallen, am Körper und am Kopf, Franzis hat hier mehrere Darstellungen, ungemein schön, ungemein farbkräftig, Korallen kommen ja vor und werden also seit langer, langer Zeit, es gibt ganz alte Schmuckteile und Kopfdiaras, die existieren und in Museen, also sowohl die Briten haben da immer gerne was eingekauft im Zuge ihres kolonialen Tuns, aber auch in den einzelnen Königshäusern, also ist das quasi historisiert, musealisiert, archiviert, man macht sich wechselseitig auch Geschenke mit, die Korallen beinhalten, also dieses Korallenrot entspricht dem europäischen Purpurrot der herrschenden Klassen und wer die Purpurumhänge und die Purpurfarbe in der Kleidung haben darf, ist sowohl in christlich-religiösen, also vor allem im katholischen da, wie auch in den alten adeligen feudalmonarchien streng institutionalisiert, sowas ähnliches, also gibt es hier als Pendant, dass man das feststellen und sehen kann. Eine ganz große Bandbreite an dieser Bezugnahme zu der Umwelt, die einen umgibt, die Menschen gemacht haben, also man unterscheidet auch immer, wo haben wir interveniert, das ist Land, das ist Territorium, dann gibt es das Konzept eben dessen, was die Wildernis ist, der Busch, das ist alles, was wir nicht kontrollieren, wir also als die lokale, regionale Gruppe und dann kann man auch noch so einen Raum unterscheiden, der so quasi die Schwellen darstellt oder jenseits dessen ist und das ist vielleicht auch so ein interessantes Ding, weil die sind alle zueinander äquivalent, das wären wahrscheinlich als so Zonen, die weder noch sind, die nicht Wildnis, die nicht Ille sind, die nicht Aie sind, also Ille Aie ist das Haus der Erde, wenn man so will, also die einfach nicht zum Wohngebiet gehören, wo wir eben im Zentrum sind, das sind die Wälder, die heiligen Wälder und die wiederum selber eben auch so ein so ganz wichtiges Element und Beispiel für diesen Blick auf, was ist jetzt Natur, die sind jenseits von zum Beispiel, also jetzt um es wieder simpel zu machen, unserer Dualität Natur, Kultur oder eben menschenintervenierter Raum und veränderter und Wildnis, Urwald, die sind weder noch, die sind was ganz anderes, die sind eben Zonen, die Orisha, die also die nicht menschlichen Regionen und die menschlichen Regionen miteinander in Verbindung setzen und die man betreuen, pflegen und bearbeiten muss. Auch so ein Charakteristikum vielleicht für diese gesamte Denk- und Lebenswelt, die sich gerade an diesen Wäldern auch so wunderbar darstellen, ich sage jetzt Wälder, die können Durchmesser von einem Kilometer haben bis 35 Kilometer, sind meistens tatsächlich rund angelegt, dass man sie also von außen rund gehen kann und beinhalten manchmal Reste des ursprünglichen regional ja gegebenen Umwelt, nämlich des Regenwaldgürtels, die also richtige Regenwaldbäume, die enorm hoch sind, auch beinhalten unter Umständen beziehungsweise eben als Sekundärwald, weil der ursprüngliche Regenwald ist ja längst schon durch einen Sekundärwald und von dem noch große Verluste an die klimakatastrophalen Ereignisse, sprich die menschliche Nutzung oder use and abuse, jetzt fehlt mir gerade das deutsche Wort, den missbräuchlichen oder ausbeuterischen Umgang menschlichen Bedürfnisse mit so etwas wie Wäldern, der ja nicht auf, den wir ja weltweit kennen, wo Menschen sind, ist dann bald mal der Wald weg, weil das Holz und der Wald und überhaupt eignet sich für so viele Dinge, für Feuer, für Bewohnung, Haus, etc. gut, diese sogenannte die heiligen Wälder, die heißen auch bei allen Sprachgruppen, die diesem Kontext angehören, eben zwischen Ghana und Nigeria, entlang der Küstenregionen, bis wo die Feuchtsavanne dann trocken wird, beziehungsweise es gibt auch noch Gruppen, also die Richtung Grenzekammerhund ja schon leben Europa Gruppen über mehrere Bundesstaaten Nigerias verteilt, die von der gegebenen Umwelt beziehungsweise also den Klimazonen und geografischen Zonen also völlig unterschiedlich eben sind, von Mangroven Sümpfen über eben Feucht- und Trockensavannen bis zu eben Gebirgszügen und in allen diesen Kontexten kommt, wo es Europa gibt, gibt es einen Wald und wenn er winzig ist, was wird als ein Heiligenwald, was wird jetzt eben als solches bezeichnet? Idealerweise ganz, ganz alter, hoher Baumbestand, darunter wird ständig, also auch diese Baumart versucht weiter neu zu pflanzen, aufzuforsten quasi, dann kommt eine niedrigere Schicht Bäume, die also nicht so hoch wachsen und dann darunter die nächsten und bis also das, was den Boden bedeckt, verschiedenste Pflanzen, Büsche, Bäume, die in einem sehr wohl eine Art kleines Naturschutzgebiet für die Flora und Fauna der Region sind, die gleichzeitig aber bearbeitet, betreut und benutzt werden, um mit für Heilpflanzen im medizinischen Kontext, gilt auch für die Tierwelt und die Böden, die auf denen sowas gedeiht und das ist glaube ich so eine multifunktionale Einrichtung, die einerseits ein spirituelles symbolisches Element, also die Basis ist oder mit der das Tun begründet wird und aus dem Wald als Bild, als Metapher kommen alle guten Dinge, die Heilkünste, das Wissen um die Technologien etc. Also der Wald hat so eine ganz fundamentale metaphorische Funktion und darum gibt es auch immer einen real physisch verandernden Wald, wobei die Größe eben keine Rolle spielt. Und eben diese Vielzahl an Heilpflanzen, wo auch importierte interessante neue Dinge importiert im Sinn von irgendwer bringt was mit von seinen Reisen, das interessant ist und wo man weiß, wozu und wie es benutzt wird. Da wird experimentiert, was angepflanzt, da gibt es kleine Teile, wo also immer experimentiert wurde mit widerstandsfähigen Samen für diverse Basis Nahrung wie eben Mais, Sorge, Jams Arten etc. Maniob, wo man immer neue Varianten und Dinger sucht, Kalebassen, also Kürbisse, die ja wilde Wild wachsen eigentlich, aber eben höchst elaboriert kultiviert werden und massiv verwendet werden im Alltag wie auch im rituellen Kontext. Von den Kürbissen kann man auch fast alles eben verwerten, benutzen, verwenden und es macht keinen Abfall, sondern ist schlicht Kompost. wenn es nicht mehr gebraucht wird und so verdichtet eben in diesem Wald sind wahrscheinlich genau diese Herangehensweise oder Zugang von gemachten Menschen Intervenierten und jetzt natürlich, was man unter natürlich Gegebenen verstehen kann, das aber eben sorgsam immer in der jeweiligen lebendigen Generation gepflegt wird und von Spezialisten eben auch den also Priesterschaften in deren Territorium sich so ein Wald befindet beziehungsweise von der Orakelpriesterschaft betreut wird. Alle sozialen Bezüge wie auch Abkommen in anderen Sektoren also wenn wir jetzt bei unserer Schubladisierung dann das noch einmal mit ansprechen also mit wem was handelt und mit wem nicht und wie man welche Orte auf einem Markt wie von welcher Gruppe von wem etc. wie besetzt werden wenn es da Konflikte gibt dann fragt man IFA und die für den Ort zuständigen Orisha dann wird ein Orakel geworfen und das Orakel entscheidet und dann tut man entscheiden was man jetzt mit dem Feld macht oder wer am Markt wo seinen Stand hinzustellen hat. Also diese permanente Interagieren von Bezugswelten Bildern von Natur also mit allen Tätigkeiten die eben von Fischen über Ernten von Früchten von Bäumen das was man wild wo findet noch das plötzlich ein im Zug fliegt Tieren wird alles immer in dieser Interaktion gedacht und natürlich Umwelt und Menschen Umwelt die sind in der gesamten Vorstellungswelt nicht getrennt denkbar das hat jetzt Vor- und Nachteile ich kann eben auch einen Fischen mit den großen Netzen das in den Mangroven Sümpfen und Lagunen die Küste hat ja riesige Lagunen und ganze also Seenartige wo man segeln kann etc. Und ein Großteil wird mit großen Netzen gefangen beziehungsweise werden Grenzteile aufgestellt wo wer fischen darf und es gibt aber auch Reusen habe ich gesehen also es kommen durchaus auch Reusen zum Einsatz Experimentieren von Bauern und wenn es was Gutes gefunden wird bringt man das zu den Barbalaios oder Yalaios und sagt bitte das sollten wir da vielleicht auch im Wald was davon deponieren weil dann können wir das wieder anpflanzen falls was passiert und da waren die lokalen Bevölkerungen die Landwirtschaft betreiben ob jetzt Mangos Papaya etc Kürbisse Chili Varianten und vor allem Mais Reis es gibt ein bisschen Reis in manchen Zonen das geht nicht überall und ist zum Teil auch sehr aufwendig also meines Wissens was ich mich erinnern kann ist jetzt vielleicht auch noch in einem anderen Kontext und industrieller betrieben als es war wird ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut bitte ich brauche dann eine Intervention aber eigentlich sollte ich jetzt bald Gas mich irgendwo einkriegen oder wir wollten so Zeitraum diskutieren ja ein Markt findet sich ein schöner Markt Tomaten ich habe die allgegenwärtigen Tomaten vergessen oje also fällt mir jetzt gerade angesichts der wunderbaren Malereien von Franzis ein und entschuldigen Sie die vielen A's und Amts zur Zeit bin auch etwas schon mit vielen Dingen ausgestattet was mir sehr leid tut weil eigentlich ist es wahnsinnig störend wenn man zuhört und ich war da immer sehr beeindruckt und es ist immer eine Riesen Ehre wenn man überhaupt bei so was ein kleines Stückchen mit hineingehen darf und ganz wenige rituelle Ereignisse die finden also tatsächlich in bestimmten Teilen dieser Wälder eben statt hat was vielleicht jetzt um zurück zu kommen auf auch diese Tier oder Natur Metaphern beziehungsweise die Ambivalenzen und Probleme die sich dadurch auch durchaus ergeben können die Ölpalme die Palme schlechthin aber da vor allem die Ölpalme ist engstens verbunden eben mit dem Gründung mit dem Schöpfungsmythos der Welt und die Verbindung von Himmel und Erde dem Territorium der Menschen und dem Kosmos und da dazwischen ist eine Ölpalme und die Distanz zu allen Welten ist einfach 16 Palmkerne groß mehr nicht 16 Palmkerne sind die Orakelzeichen Iva Odu heißt das in Europa mit denen ein enormer Komplex an Versen Versen Diskursen Diskursen Sprichwörtern etc. einhergeht und ein im Allgemeinen also beherrschen gut ausgebildete Iva ist in sich selber ist in sich selber einerseits sakral spirituell eine sichtbare Präsenz und eine Verkörperung gleichzeitig ist sie also eine der größten Nutpflanzen schlechthin die im industriellen Kontext Ölplantagen die von den Beninischen also den Daomekönigen im 19. Jahrhundert angelegt wurden und auch auf der Seite also in Oyo etc. und die Küstenstaaten da gibt es überall oder gab es so etwas die also internationalen Export betrieben haben als Alternative zum Kautschuk aus Südamerika für die Kolonialmächte also von größter Relevanz und Essenkammeras Öl Wein Wein der eben die IFA-Priester dürfen selber und die IFA praktizierenden Gläubigen die Glaubensgruppen jeweils die zu diesem Wudum an dazugehören aber die kommen also leider in eine tabuisierte Zone die dürfen das eigentlich nicht trinken die Schöpfer Gottheit selber die die Menschen gemacht hat die war Palmwein betrunken im Prozess der Schöpfung darum gibt es auch das ein oder andere das vielleicht nicht so toll gelungen ist und nicht bloß wunderschön oder gut für einen ist sondern das einem auch schaden kann ich fand es immer hinreißend also eine trunkene Schöpfer Gottheit mit Palmwein betrunken und gleichzeitig ist das eines der spirituellsten Ereignisse die mit den Palmkern Orakeln zu tun haben Palmöl also Palmfasern die sowohl im Rituellen aber auch dann in durchaus anderen Kontexten zur Verwendung kommen von der Ölpalme und Palmen allgemein in allen Palmen Arten gibt es nichts was nicht verwendet verwertbar ist und was kein Abfall ist sondern permanent eben rückgeführt wird in die Zirkulation also das nicht nur konsumiert sondern auch permanent zirkuliert wird und kompostiert wird etc und es hat einen riesigen Bereich als medizinische also an medizinischer Verwendung wo man auch fast alles also von den Palmen Nüssen beziehungsweise den Samen über die Rinde über den Saft bis zu den Öl also bei den Öl Palmen eben kann man alles auch in einem medizinischen Kontext angewendet vorfinden und es wird auch selten mit etwas anderem an pflanzlichen mineralischen oder tierischen Bestandteilen der Pharmakologie und des Heilwissens also der Küstenregionen also verwertet das ist in sich natürlich auch sehr interessant denke ich du Uli wir sind jetzt schon also zwischen dem der trugenden Gottheit den Öl Palmen Palmwein ist köstlich also alle anderen dürfen es ja trinken und damit auch Rituale durchführen sind wir am Ende ich halte den Mund und bitte ich bedanke mich ganz herzlich und für jetzt einmal ihr zuhören zu meinem fröhlichen da in die Europa Denkwilz im Kontext von Natur und Religion ausschweifen ja wir schauen mal ob es Fragen gibt oder so weil sonst kannst du gerne auch noch ein bisschen länger reden aber vielleicht wir raten jetzt lieber mal ob es Beiträge Fragen oder so was noch gibt bitte ich habe ja gesagt wir wollen das so irgendwie interaktiv noch wir hinkriegen können ich weiß das ist immer sehr anstrengend so eine Web geschehen aber danke ich danke dir aber ja vielleicht haben wir auch noch mehr Zeit für noch mehr also ich würde halt jetzt mal in die Runde fragen ob es irgendwie ja Fragen gibt wegen Verständnisfragen oder eben erweiterte Fragen also den mal zu auch per Chat gerne oder was sie Ihnen auch oder im Kontext der Bilder da gibt es einiges wozu man was sagen könnte was auch aber ich glaube wo es auch gut zum Ausdruck kommt was ich meine nicht zufällig ist in seinen Bildern neben rituellen Kontexten und also eben höfischen großen Zeremonien und Festen da geht es immer um alles um die Erde die Menschen die Natur die Politik international da geht es immer um alles bei diesen großen Orichard Zeremonien kleineren größeren und die explizit eben sich auch an die Welt oder für die Welt richten mit besonderen jeweils aktuellen Anforderungen und die sind alle in einer ähnlichen Bewegtheit auch konstituiert wie jetzt in einem Naturkontext wo was entsteht und wirkt und dann vergeht konstituiert sind und wie gesagt als dauernde Metaphern Welt mit allem und jedem egal ob es Hightech Instrumente oder sonst was ist man kann dafür ganz bestimmt irgendeine Fisch und Schlangen oder Panther und Hyänen Metapher zu einem Sprichwort oder sowas zur Anwendung bringen Irgendwelche Fragen oder Kommentare ich bin über alles glücklich Eine Frage hätte ich wenn ich das gleich einschalten darf es gibt ja diesen bekannten Hein von der den heiligen Hein von der Susanne Wenger Können Sie darüber was sagen man ja bitte gerne wie Sie das einschätzen würde mich interessieren Ja das ist immer so eine interessante Geschichte Bundesstaat Oyo an der Grenze zum Republik Benin dem französisch sprachigen anderen Seite wo sehr viele Yoruba Gruppen eben leben auch und die immer eine Kriegsregion war der diversen Echidi etc. Gruppen und da mittendrin sitzt also Oshoko das noch dazu also auch eben im Komplex dieser mächtigen des Königs von Oyo die Residenz ursprünglich erwart der heutige Bundesstaat hat denselben Namen wie das vorkoloniale Reich Oyo und da hat eine österreichische Künstlerin die mit dem Ehepaar Bayer der Uli Bayer hat im Kontext ich glaube ursprünglich im Rahmen vom Goethe Institut und dann an der Universität in Lagos beziehungsweise Iban Tätigkeit aufgenommen und quasi konstituiert also eine riesige Generation nigerianischer Künstler mehrere wahrscheinlich und hatte das auch dann lokal initiiert also eine eigene Künstlerschule in Oshoko könnte man dann so sagen und Susanne Wenger kam da ursprünglich dazu und hat sich also ihr eigenes Projekt auch diesen Wald also es gibt diesen heiligen Wald den sie eigentlich eingerichtet und beziehungsweise den vorhandenen wiederbelebt hat sie hat sich selber eben auch zur Priesterin ausbilden lassen und wurde initiiert also die die jeweiligen Gruppen die zu einem Orishah gehören das sind also Initianten Gruppen die da sind Teile allen zugänglich und andere Teile sind eben nur im Bestandteil des Wissens und der Praktiken der initiierten oder familiär irgendwie dem Wut und Zugehörigen also es gibt quasi da auch eben ja schlechthin das was halt geheim ist und das was öffentlich ist aber eben Spezialisten bei uns und in allen Religionen haben anderes Wissen und Ausbildung als Leute die jetzt als praktizierende Gläubige da zugehörig sind die Wenger steht ein bisschen so aus meiner Perspektive also ich habe sie persönlich nicht mehr kennengelernt weiß aber also von mehreren Leuten die noch mit ihr auch gearbeitet haben für sie war eben auch diese die Natur also jetzt aus Österreich kommend und Künstlerin seiend sowohl also diese kreative Überfluss auch an eben verschiedensten künstlerischen Artikulationsbereichen sei es die Töpferei sei es die Textilien die die Wand Bemalungen die Bodenmalereien in den rituellen Kontexten wo man also die wie aus Maismehl Reismehl etc. nimmt und eine abstrakt visualisierte Form für die Orisha hinzeichnet und die Wenger war da einerseits also ich habe mir das halt erzählen lassen auch von dem sehr inspiriert sehr also hat sich quasi resozialisiert als Mensch als Yoruba Priesterin und in diesem gesamten religiös künstlerisch eben auch kreativen Tun und einer Art eben Gedanken also diese Natur und diesen Wald diesen heiligen Wald wieder zu vergrößern zu betreuen und aufzuforsten das hat sie nämlich tatsächlich auch gemacht und dazu gärtnern und so weiter ja ich sehe es ist sehr zwiespätig als exotisch kolonialistisch in einem gewissen sind vielleicht noch Reisende da muss wer kommen und sagt wo es lang geht ja die lokale Bevölkerung hat damit ja eh immer getan und dann wird es halt noch betont schön gemacht und wiederbelebt also es ist beides es ist andererseits ein bearbeiten warum sowas überhaupt möglich ist es hat damit zu tun dass die gesamten Küstengesellschaften extrem xenophil sind das heißt man liebt Neues man liebt Fremdes weil da könnte man was Neues damit schaffen also in diesem Sinn kann man jetzt auch nicht sagen sie hat sich da über Menschen hinweggesetzt in dem Sinn also sie hätte nie was machen können hätten die Leute nicht Lust gehabt und das hat ja auch offenbar im Lauf Jahrzehnte jetzt mittlerweile eine große Fluktuationsphasen wie es ausschaut oder wer da noch hinkommt oder wie es betreut wird das ist mal mehr und wichtiger und mal weniger also das war es ein bisschen mein Eindruck was mir auch erzählt wurde von jetzt recenter dort gewesenen Leuten und es gibt eine Erinnerung an sie als Person also auch bei sehr jungen Menschen noch und das ist irgendwie ein Begriff da war irgendwie eine Österreicherin die war da bei uns Priesterin oder so also da hat sie wie gesagt wandert dann auch durch die Diaspora da hat ein London Born Irish Yoruba wie er immer so nett sagt Schriftsteller und Bühnenautor als ein Befreundeter der selber eben aus der Ojo Königs Familie von irgendeinem Subbranch kommt und da gab es diese Frau die war aus Österreich so wie du ja so lustige Kommunikationen auch drum rum und sie ist tatsächlich also so eine Art anderen Figur aufgerückt das ist nicht so schlecht glaube ich wiederum es ist eine Bezugswelt die eigentlich einen Raum aufmacht als einen zumacht wechselseitig also ich glaube es ist durchaus eine Inspiration wenn man sich für die Religion interessiert dass man sowas gelingen kann eine Ausbildung es kostet viel Geld wenn man Priester werden will sprich Priesterin aber von der also es gibt an und für sich sofern das Orakel einem nicht einen Strich durch die Rechnung macht die Fahrzeichen wenn die sagen nein du nicht dann kann man sich am Kopf stellen und wird das nicht werden können an dem Ort zumindest ja da sind die Zeichen eben schlecht nicht gut und umgekehrt auch das Orakel adaptiert sich an Notwendigkeiten und Gegebenheiten und ist er immer zutiefst materiell orientiert muss man auch immer mitdenken was vielleicht auch irgendwie so Aspekt ist auch kein Widerspruch eben Geld ist nichts Böses Geld gab da kostet eben auch eine Ausbildung was jede Ausbildung kostet was sagen die Leute auch sehr selbstbewusst und stimmt ja in welcher Form man bezahlt werden will ist was anderes zwischen Naturalien oder am anderen wissen dass man leert weiter gibt oder Geld das kommt darauf an wie viel Zeit man hat so eine unendlich lange Frage auf eine kleine also Antwort auf Ihre Frage die aber glaube ich eine wichtige ist weil man dem also ich stehe immer ein bisschen ambivalent gegenüber also hin und her gerissen versuche so neutral wie möglich zu sehen wir hätten vom Publikum jetzt auch noch eine Frage und zwar wo habe ich noch entdeckt ja bitte Maja sag es mir ich habe noch im Chat eine Frage auch entdeckt ja genau die gibt es auch noch also wo finden die Zeremonien statt und wie oft es kommt darauf an was es kommt darauf an also zum Beispiel jährlich findet das was man wortwörtlich wahrscheinlich am besten das Zählen der Köpfe die großen durch Zeit und Raum eben greifenden Familiengruppen die versammeln sich also immer beginnt also in der Trockenzeit ideal ist dass da nicht regnet wenn viele Menschen sich versammeln zueinander was je nach welcher Teil der Küste unter also unserem Winter unseren Wintermonaten in etwa entspricht wandelt aber und wandert auch den Gegebenheiten entsprechend hier ist auch überall natürlich Klimawandel das heißt es gibt für jeden Ort einen eigenen Zeremonien Kalender also man kann nicht sagen in ganz Nigeria finden jetzt das und das statt also außer Ileifete wenn die feiern eben die alte Ursprungsstadt Yoruba schlechthin und wo die Orisha als erstes Mal eben auch als Körper aufgetaucht sind für die Menschen aus der Schöpfungskanon im heutigen Bundesstaat Benin ist also und das Oberhaupt eben der sämtliche Europa Lineages Familienlinien ist eben besagter Uni da gibt es fixe Dinge es gibt und die finden jährlich statt also es gibt das ein oder andere das findet jährlich statt ein Teil also das sind öffentliche Ereignisse mit riesigen Prozessionen die kreuz und quer durch die Stadt gehen oder eben bestimmte Dinge die in Abuja dann extra stattfinden weil sie den gesamten Staat betreffen den Nationalstaat und nicht bloß den Bundesstaat oder meine Stadt oder mein Dorf Plätze für diese größeren Rituale oder verschiedene Familiengruppen treffen zusammen eben bei so ganzen Stadt Ritualen oder Regional Ritualen die dann alle gleichzeitig an manchen Orten sind wo halt die jeweiligen Familien Geld genug haben um was Großes auszurichten oder der Staat eben mit unterstützt Marktplätze Sportplätze also man kann jeden Ort suchen und bestimmte Bestandteile die können zwischen ein paar Tage bis über Wochen also fast einen Monat kann so ein Zeremonienkomplex dauern und da wechseln immer also Sicht für alle als Teilnehmer mögliche und nur für die Familie und nur für die Eingeweihten zu den jeweiligen Orisha bis hin zu was nicht dauernd stattfindet wie eben diese rituellen das Palmweinfest Palmwein gibt es zu einer bestimmten Zeit das gibt es überall und je nachdem wie länger es dauern kann wie besser ausgestattet wie viel mehr Musiker Trommler als Zentrales sieht man auch wunderschöne Zeichnungen und Gemälde zu den Trommlern die sowohl im rituellen spirituellen Kontext wie auch im normalen Alltagskontext also tätig sein können die sind noch einmal eine eigene Gruppe die Trommel ist eine spirituelle Wesenheit schlicht hin und Trommeln reden aber das wissen sie alle bis hin eben zu dann wenn ein neuer König in Königs Verheiratungen eine neue Frau kommt oder ein König stirbt und ein neuer eben intronisiert wird also ein bestehender Thron der hat außer mal Streit und mächtig drum was auch passiert passieren kann weil nicht automatisch die Kinder die Kinder des jeweiligen Herrscherpaars Anspruch auf den Thron haben also es wechseln oft die einzelnen Familien Zweige dieser Königsfamilien und will zur Zeit eine Jüngere hätten wir lieber einen konservativeren Älteren sowas da weiß man nicht da kann man Glück haben und sowas sehen oder nicht die sind geflochterne Kornwerke es gibt ganz viele Gräser und Palm Varianten die eben extra für bestimmte Flechtwerke von ganz feinen Gräserwerke bis hin zu sehr robusten großen Schilf das eben in den Mangroven geerdet das wird auch hin und her verschickt durchaus ein allgegenwärtiges Zahlmittel zwischen Göttern und Menschen die Kaurimuscheln sprich im Kontext der Yoruba Royal Lineages königlichen Familien die Korallen ist auch so ein Teil der in den Ritualen vorkommt ist das für sie ausreichend beantwortet jetzt und man kann also im Internet nachschauen es gibt eine sehr sehr starke Präsenz mit unendlich vielen Pages im Netz der Yoruba rund um die Welt und erst recht die aktiveren jüngeren Priester und Priesterinnen Generationen die meistens ihren Ortsfest Kalender etc. also jeweils da auch eben online veröffentlichen und da kann man sich das einteilen und durchaus kommen wenn was los ist wo dann gab darf ich da jetzt noch antworten auf die Frage von Merlin der Merlin hatte eben nach dem Zusammenhang zwischen oder gibt ob es eine Verbindung gibt zwischen dem brasilianischen Candomblé und dem Orichard Kontext beziehungsweise eben diesen ja 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 selbstverständlich die der Candomblé ist eine Fusion aus Yoruba Gruppen und von B also von besprachigen Gruppen der westlichen Nachbarn die aus dem heutigen Bunde Nationalstaaten also B Togo und ein Zipfel von Ghana gehört auch noch dazu wo eben die Yoruba Gung gemischten Gruppen die Hauptbestandteile also nach wie vor oder große Bestandteile der Bevölkerung sind die natürlich auch zu den ersten oder genauso wie die anderen Küsten Bewohnenden Gruppen Teil im Kontext der transatlantischen Sklaverei waren wobei eben ein sehr langer sehr intensiver Kontakt über das alte Königreich Daume eben dass da ein sehr interessanter ja sagen wir mal ein interessanter Player in diesem Spiel zwischen Europa und den Küstenmächten war wenn wir jetzt noch die Aschanti in Ghana da mal nicht mit bedenkt die mit die eine über ja jetzt mittlerweile also spätestens seit dem 16. Jahrhundert und Entwicklung des transatlantischen Sklavenhandels eine höchst intensive über Jahrhunderte also lebendige Bezug zu den den Küsten der entsprechenden Küstenregion auf der anderen Seite des Atlantik in Brasilien eben hatten und wo sich auch dann als Rückkehr Bewegung Menschen die im Kontext der Sklaverei also zwangs verschifft zwangsweise mobil gemacht wurden Richtung die neue Welt Brasilien hat einen riesigen Anteil da es eine der ersten Länder war die riesige Plantagen Sklaverei gleich sehr früh im Verlauf der Kolonisation der Nord- und Südamerikas entwickelt hatten und die blieb aufrecht mit einerseits sich freigekauft und rückkehrend nach Afrika die ganze Küste hat sogenannte brasilianische Familien mit portugiesischen Namen die sich als rückkehrende Gruppen aus der Sklaverei rückkehrende Gruppen vor allem an den Küsten etabliert haben das ist ein rituelles Tanzgeschehen zum Beispiel das auch sehr intensiv mit dem Karneval und diese Institution und das Karneval also vor allem der Bundesstaat Bahia ist ja auch in Brasilien also quasi das Zentrum des Kandemblé und war die Ursprungs Destination der Sklaven aus Westafrika von dort aus ging es dann weiter hart also mit den Sklaven sind alle Orisha alle Wudum auch in die neue Welt gekommen und einige also allen voran und die selben Funktional Gleichen ein wenig lokal anders ausgestattet und anders fusioniert mit dem Christentum als in Nigeria sind natürlich die oder dem Islam also sie wissen die Orisha oder Wudum haben die Fähigkeit alles zu vereinnahmen da sie die Meister Praktikanten von Bewegung Adaption und gleichzeitig aber aneignen und umwandeln und was Neues entstehen lassen und das hat bestens geklappt und die Orisha gehen vor allem für die Katholiken ja auch wunderbar in dieser fusionierten synthetisierten Form mit den katholischen Heiligen das ist was feines die werden da als Pendants also auch oft gehandelt wo es männliche und weibliche Prinzipien männliche und weibliche Heilige gibt das gehört glaube ich zu einem also eines dieser Bilder zum Beispiel glaube ich gehört zu so einem Eröffnungstanz im Rahmen einer Prozession der vor allem also von den Tänzern die zu Elegoire und Egon gehören ausgeführt wird und wo eben ein Palmstruch oder Raffia gefärbt bunt mit ganz spezifischen Kopfbedeckungen als Begleitung getragen wird gibt es in Brasilien auch beziehungsweise was je lokal verwertbar ist um sich zu begleiten oder Ganzkörpermasken oder Designs für Karnevals Accessoires Umzüge Dinge die man mitträgt Karnebal Fahrzüge etc. in Brasilien es gibt die Ursprungsdinger und das ganze tanzend und in Bewegung das kommt von der Westküste Afrika wie Tanz eben eine Form man betet mit dem Körper und das gilt für wahrscheinlich sehr viele Bereiche nicht bloß für die Küstenbewohner dass der Körper das allererste Werkzeug das allererste Instrument und Ausdrucksmittel ist das man eben verwendet sowohl zum Arbeiten wie zum Beten Ich hätte eine Frage Hallo Ulrike Ja das ist schön dich hier zu sehen Ich habe eine Frage bei der ganzen Dynamik die du beschreibst in dem Verhältnis in dem Glaubenssystem wie stabil ist das Verhältnis Mensch Orisha Gottheiten braucht die ist es eine gegenseitige Abhängigkeit die in sich stabil ist oder ist das auch was zerbrechliches der Mensch muss viel tun um das System zu erhalten erhält er sich selber wie ist diese Dynamik sozusagen zu verstehen Menschen also das was Menschen ist die müssen arbeiten wir können nichts von vornherein um zu überleben wir müssen alles lernen und wir müssen ständig tun ständig tun muss man auch wenn man mit den Orijá sein will man muss pflegen also man muss alles was man braucht möchte muss man bearbeiten pflegen aktiv sich dem gegenüber stellen und man ist auch für das alles verantwortlich also das ist auch glaube ich vielleicht so eine wichtige Idee die eben im Kontext von Nachhaltigkeit durch Zeit und Raum eben denken insofern ist es jetzt einerseits das Verhältnis der Familie des Menschen schlechthin zu den Orijá sehr sehr stabil es ist gegeben da kann man eh nichts machen in welcher Form und wie das dann in einer einzelnen Person gelebt werden muss in dem jeweiligen biologischen Leben das hängt ab vom Orijá von dem Orijá der im Kopf sitzt und ob einer drinnen sitzt Orijá ist der Kopf und das Schicksal das persönliche Schicksal alles ist im Kopf und geht es da auch bei diesen Familienzeremonien dass man die Köpfe eben zählt und nicht sonst was sondern die Köpfe da ist alles spirituelles wie intellektuelles und aktives und auf dem Kopf passt auch jeder Mensch aus diesem Weltbild Kontext auf man greift auch niemanden auf den Kopf und so das dort ist alles was Orijá ist und Schicksal eigenes Schicksal da kann es passieren dass ich was nicht mehr fühle oder gegen das handele was ich soll und es ist in sich eine stabile Gegebenheit eigentlich aber wie jetzt aktiv handelnd ich zum Beispiel eben an Zeremonien teilnehmen muss das und das machen muss oder opfern muss Opfer ist immer so ein Austausch eine Kommunikationsform das kann sehr variieren aber könnte könnte praktisch könnte man sagen die geistige göttliche Welt sozusagen braucht auch das Tun des Menschen oder würde zugrunde gehen wenn sie sich abwenden also ist das eine gegenseitige Abhängigkeit oder ist die eine Seite stärker und wird immer existieren und der Mensch hat dann halt Pech gehabt wenn er sich abwendet nicht das tut was er tun soll dann geht es ihm halt schlecht also das ist ja das Schöne oder Interessante das ist insofern eben eine sehr gute Frage weil die sind auch immer also Asche ist ob es jetzt Menschen gibt oder nicht Menschen können sich aber auch abwenden und eben für einen Orisha dessen Namen man gar nicht mehr kennt oder wo man nicht mehr weiß wo sein eigentlicher Schrein jetzt ist dem gar nichts geopfert wird den wird man vergessen aber ein Neuer der dasselbe kann eine oder ein Er Sie wissen die Gottheiten können ihre Geschlechter per se wechseln beziehungsweise es gibt immer ein männliches ein weibliches Prinzip desselben Dings er wird sofort daneben wieder erscheinen also es ist auch müßig dass man überhaupt man hat immer versucht so eine lange Zeit oder immer wieder ist das ja interessant irgendwie Orisha an einem Ort in einem Dorf etc also Zahlen überhaupt kann man vergessen ein Jahr gibt es was da ist ein Riesengeschehen und Auflauf und das nächste Jahr ist alles verschwunden es gibt keine Schülerinnen oder Schüler kein Schreien mehr gar nicht oder ist sehr abhängig in Bezug zu der jeweiligen Priesterschaft den Einzelpersonen Priestern aber eben Schango ist immer und überall sozusagen hier und drüben das ist die streitbare Richter Gottheit und der junge wilde wenn man so will unter den Orisha symbolisiert gleichgesetzt mit Donner und Blitzen die können auch alle Orisha intervenieren in der Ausdrucksform der Natur Geschehen Gewitter Blitz und die Blitzeinschlag dann haben wir da was angestellt und kriegen eine aufs Dach sprich Überschwemmung Erdbeben also alle Variationen sind der Götter das ist ob wir das jetzt wollen oder nicht und ob wir das verstehen oder nicht aber sozusagen für ein gutes Leben so habe ich das zumindest verstanden ist es besser man kümmert sich um alle Dinge um alle anderen Lebewesen man bemüht sich eben um diese Koexistenz auch irgendwie also weil man nur sein kann wenn man sich um alles andere auch kümmert es kippt auch immer wieder natürlich zwischen diesem menschenzentrierten Denken und Handeln alles was für Menschen gut ist ist einmal fein und alles andere ist egal und das können wir essen oder sonst was tun damit es quälen etc nein das darf man alles eigentlich nicht und irgendwann schlägt es zurück und rächt sich bitterlich ist auch in den IV-Orakeln schon längst kodiert also es darf keine Macht die anderen ausnützen ausbeuten unterdrücken man darf das und das nicht zerstören es kommt alles sofort wieder im Kreis dann retour also wie schnell oder wann weiß man nicht aber es gibt diese permanente Betrug also Naturkatastrophen die sind alles laute laute Interaktionen also der nichtmenschlichen Mächte kann man zusammen also immer Erdbeben oder Gewitter beides gleichzeitig kann man sagen bei aller Dynamik wird das Gleichgewicht gesucht ja absolut Gleichgewicht ist natürlich das ist Kult kann man am besten mit Kult übersetzen das ist die Balance und der Idealzustand um also richtig gut in Harmonie zu handeln immer Balance immer Harmonie Konfliktwillig bis zum geht nicht mehr aber sofort wieder Lösung also eine Harmonie der Disharmonie oder beides und das kann ganz viel einfach koexistieren was bei uns nicht denkbar wäre in unseren Denkkontexten und es geht einfach immer um eine Balance also dass man zwischen heiß und kalt der Kopf soll kühl sein der Bauch muss heiß sein weil sonst kriegt man nichts geregelt also das sind auch vielleicht zwei so zentrale Lokalisierungen im Körper die auch als Metaphern wunderbar schön stimmen und Balance Harmonie und miteinander verbunden sein also alles was lebendig ist dort ist Aschee nicht nur in den Menschen in allem was lebt was kein Aschee hat das ist dann erst tot ich wüsste ich wüsste was das sein soll weil eben Steine haben auch Aschee und Berge und Hüngel und die Erde und jeder Grashalm alles was ist hat Aschee sonst wäre es nicht quasi alles was da draußen ist und was wir nicht so gut sehen können und es ist diese Idee von was lebendig das lebendig und das lebendiges Bewegung ist und Entstehen und Vergehen einfach ein Prozess sind in dem wir handeln müssen aber der muss eine Balance haben also es geht eben nicht alles abzuholzen alles niederzufischen man muss eine Balance finden und das wird auch als Katastrophe oder als Unglück wahrgenommen wenn jetzt eben die Fischgründe da leer sind oder die Naturkatastrophen unter denen ja vor allem die im Niger-Delta lebenden Gruppen und Boni etc. die durch die Erdölförderung ausgelöst werden wurden werden also da gibt es seit Erdöl gefördert wird in Nigeria hat es besonders in den in den in den in den im Niger-Delta immer wieder und entlang also der gesamten Förderungszone totale naturkatastrophale Auswirkungen von Unfällen im Kontext mit mit den Pipelines beziehungsweise den Bohrern das ist also grauenvoll und hat alles kaputt gemacht also riesige Wälder Teile der Naturschutzgebiete die sind ja jetzt jenseits des Yoruba Kontexts als Naturschutzgebiete deklarierte Zonen also die Nationalparks da einiges vernichtet die gesamten Küste sprich die 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 Niger also bis und alle Nebenflüsschen bis ganz weit rauf also verschmutzt ein Vieh Tiere also Flora Fauna höchstens betroffen und das kann man ja gar nicht so schnell auch jetzt beseitigen also die rechnen so 2030 da ist der ursprüngliche Negativ der größte Unfall ein Großteil der Schäden beseitigt der war 19 10 wenn jetzt nicht ganz 19 10 ja 1990 ich bin jetzt es gab mehrere im Verlauf des 20. und 21. Jahrhunderts oder immer wieder kleinere Lokale ist alles eine Katastrophe Trinkwasser verschmutzt also es hat Auswirkung auf alles Menschen und Natur Ja danke dir herzlichen Dank für die Beiträge für die Fragen danke auch ich bedanke mich ganz herzlichst Ja wir sind leider schon über die Zeit deswegen werde ich es jetzt nicht mehr viel länger laufen lassen auch ganz brav und gehe aus den Merlin auch ganz herzlichen Dank ich bedanke mich noch einmal und möge ihr Kopf cool sein kühl das ist was feines eben im Kontext der Dinge so ein wir haben auch dieses hübsche Ding kühl Kopf bewahren bloß nicht narisch werden hätte man ja auch das kann man doch gut verstehen ich bedanke Schlusswort ja gutes Schlusswort Feuer braucht man sonst kommt man nicht in die Gänge das Feuer aus dem Bauch weil das ist auch ein Schöpfungsprinzip also beides man muss immer das Witzelspiel in Balance kriegen ja gut danke vielmals vielen Dank auch ich freue mich auf hoffentlich bald wieder mal ja in einem feinen Sommer fange das witzel